Servus Sportfreunde, heute ist der 1.3.2020 und heute besuchen wir einen Kollegen von mir und schauen wir da, wo sie denn seine Tauben treiben. Ich denke das ist auch immer interessant. Und dann würde ich sagen, packen wir es. Untertitelung. BR 2018 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 einen schönen Flügel. Ein super Taubi. Das ist die Nummer 9, das ist auch ein Weibchen, die fliegt auch 4-3. Schön in großen Flügel. Zappelt ein wenig, aber ist auch stabil. Das ist die 17, die fliegt auch 4-4 mit 263 Gaspunkten. Ein wunderschönes Auge. Schauen wir noch die Flügel an. Schönen Flügel. Super stabil. Sehr schönes Weibchen ist das. Jetzt hat er gerade die Weibchen reinklassen. Schönen Flügel. Schönen Flügel. Schönen Flügel. Schönen Flügel. So. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Und einmal drüber Oxyzelfrotterhebe Und Nutri-Powder Wie oft in der Woche? Ein bis zwei Mal. Ein bis zwei Mal in der Woche. So, jetzt füttert er noch eine Zucht ab. So nun, nach der Jungeleben ist. Das heißt, wir jetzt. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.